Digitale Behördenauskünfte rund um die Immobilie. Einfach, schnell und bundesweit. Droomes digitalisiert gemeinsam mit Dock Estate die Kommunikation mit Behörden. Nutzen auch Sie die digitale Schnittstelle zwischen Amt und Antragssteller für mehr Effizienz im Arbeitsalltag. Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit Behördengängen und sparen Sie durchschnittlich bei einer gängigen gewerblichen Immobilientransaktion bis zu 27 Stunden Arbeitszeit. Profitieren Sie darüber hinaus von vielen weiteren Vorteilen und machen Sie sich so das Leben einfacher. Sogar das nervige Thema Bauakteneinsicht kann Ihnen nun abgenommen werden. Dock Estate kümmert sich um die Kontaktaufnahme, die Übersendung aller notwendigen Dokumente, die Terminabstimmung und das Sichten und Scannen der Dokumente. Anschließend erfolgt die Digitalisierung, Ablage und Benennung der Unterlagen, ganz ohne Aufwand auf Ihrer Seite. Sobald alle Behördenauskünfte vorliegen, werden diese in Ihrem Datenraum hochgeladen. Langwierige E-Mail, Telefon und postalische Kommunikationen mit Ämtern und Behörden gehören der Vergangenheit an. Sie geben an, welche Auskünfte Sie brauchen und Dock Estate erledigt den Rest. Wir ebnen für Sie den Weg zu einer digitaleren Immobilienbranche. Profitieren Sie heute schon von der Technologie von morgen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.